Hallo Leute, mein Name ist HZST und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir den Villager Breeder zumindest so weit fertiggestellt, dass wir nun dafür sorgen müssen, dass da mindestens zwei Villager reinkommen. Und das kann immer ein bisschen harschreibend werden, weil Villager haben einen eigenen Kopf. Und ich habe versucht ein Dorf in der Nähe zu finden. Wir sind hier und auf dieser Seite irgendwo da drüben gibt es eins, aber es ist nirgends in der Nähe von Wasser. Und das größte Problem mit Villagern ist der Transport. Entweder kann man das in Booten machen, irgendwo habe ich eins glaube ich, oder in Minecarts. Aber Minecarts benötigen Rails und die habe ich nicht genügend. Drum habe ich hier drüben ein weiteres Dorf ausgemacht, von wo wir mittels Boot hier untenrum uns zwei Villager holen können. Aber zuerst möchte ich hier etwas Infrastruktur schaffen, so dass wir dann auch die Villager, wenn wir dann sie geholt haben, dass wir sie auch gleich nach unten verfrachten können. Das was ich hier konstruiert habe, sieht zugegebenermaßen etwas furchtbar aus, aber es ist funktional und wir können unseren Villager hier rein buxieren. Und wenn wir ihn dann da auf dem Block unten haben, können wir den Block unter seinen Füßen wegziehen und dann landet er unten in unserer kleinen Höhle. Nun, lass mich aber zum Dorf rüberfliegen und dann können wir hoffentlich den ersten Villager abholen und ihn über diese Erdgraspipeline bis nach da drüben buxieren. Nun, da wir hier im Dorf sind, lass uns einen Villager schnappen. Vielleicht einer dieser beiden Farmer, möglicherweise bringen die ja bereits gewisse Qualifikationen mit sich. Ja, und nun einfach nicht auf die Pfadblöcke. Ja, und wir sind im Wasser. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich glaube erst mal hier raus und dann nach links rüber. Es kann ein Weilchen dauern, bis wir diesen Villager auch bei uns in der Base haben. Und das Ganze muss ich dann nochmals machen. Aber es ist schon ein bisschen spät, darum denke ich, ich lasse den Villager einfach mal hier im Boot. Da sollte er die Nacht durch rüberfliegen und ich laufe hier durchs Wasser und schlafe die Nacht durch und dann schauen wir, wie wir den Villager morgen dahin bringen, wo er hin muss. Denn ich habe das Boot hier auf diesem Dirtblock platziert mit einer Piste darunter und wenn ich diese nun paure, dann wird der Block hochgehoben. Und wir können einen neuen Block dazwischen schieben und das Ganze wiederholen. Und dann nochmals und dann sollte unser Villager hier mit dem Boot auf der richtigen Höhe sein, sodass wir hier über unseren Erdpfad in Richtung Ziel. Der Villager ist nun hier rein boxiert, dann mache ich hier mal zu, sodass wenn wir das Boot rausbrechen, vielleicht mache ich hier mal die Hitboxes an. Und nicht, dass ich den Villager treffe. Und er ist bereits unten im Loch. Das heißt, wenn ich jetzt hier los mache, segelt er nach unten und er hat so schon seine Berufung gefunden. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch den zweiten Villager. Das funktioniert nach dem gleichen Schema. Ich muss einfach hier oben wieder den Ursprungszustand herstellen, sodass wir keine Probleme haben. So, mal schauen, ob wir mit dem zweiten Villager hier auch wieder so viel Glück haben wie mit dem ersten. So, dass er von alleine ins Loch geht. Anscheinend nicht. Da. Unten ist er. Dann brechen wir diesen Block und folgen ihm. Okay. Und es geht schon los. Aber. Bisher werden wir nur Herzchen sehen. Habe ich gedacht. Weil wir haben nur zwei Betten hier. Und was wir brauchen ist diese zwei Villager. sollten sich hier rein begeben, sodass wir die beiden Villager hier drin haben. Die werden sich dann gegenseitig versorgen und neue Babys produzieren. Hier machen wir zu. Dieses Trap Door öffnen wir. Und so denkt der Villager, dass er hier rüber laufen kann. Aber er fällt nach unten. Und zwar nur die Baby Villager, weil wir hier oben ein zweites Trap Door haben. Und das heißt die Erwachsenen Villager, die sind zu groß. Eigentlich können wir jetzt schon zumachen. Weil dieser Baby Villager eventuell wird er erwachsen. Und alles was wir hier jetzt noch machen müssen ist. Auf dieser Seite platzieren wir ein paar Betten. So das. Okay. Ah, der Baby Villager ist da reingelaufen. Das heißt wir haben wiederum nur einen Villager hier drin. Aber wir können hier nochmals aufmachen. Genau. Zwei Erwachsenen sind drin. Unser Baby ist da unten. Und sobald das erwachsen wird, streckt es den Kopf in den oberen Wasserstrom. Und wird dann in das Eck buxiert. Also nächster Punkt die Betten. Nun zum letzten Teil dieses Breeders. Wir haben hier das Trap Door oben. Das nach unten zeigt. Dann auf dieser Seite ein Trap Door. Auf dieser Seite eins. Und damit haben Baby Villager das Gefühl, sie können hier rüber laufen. Aber wieso sollten sie? Ganz einfach. Weil hier sind die Betten. Und wie wir wissen, lieben Baby Villager es auf Betten rum zu hüpfen. Und nun, da wir hier das Ganze vervollständigt haben, können wir auch hier die Decke zumachen. So wie es sein soll. Und hier schließen. Und damit ist unser Villager Breeder fertig. Nun, der nächste Punkt ist, von hier muss ich ein Gleis bauen, das nach oben führt. Und ich denke, wir werden knapp unterhalb der Oberfläche einen zweiten Raum haben. Wo wir dafür sorgen können, dass wir optimale Trades von den Villager bekommen. Optimal heißt, so günstig wie möglich. Zum Abschluss dieser Episode habe ich hier oben noch eine Sticky Pisten platziert. Die den Glasblock da in die Mitte schiebt. Und das unterbricht die Sicht auf die Betten. Und somit werden die zwei Villager da drüben keine neuen Babys mehr produzieren. Und wir können so den Fluss an Villager kontrollieren. Und wir können dies einfach über diesen Schalter ein- und ausschalten. Und somit haben wir vollkommene Kontrolle. Nun, dies soll es sein für diese Episode. In der nächsten wollen wir dann mal schauen, was wir mit den Villager anfangen. Um sie dann irgendwann auch in einer Trading Hall mit guten Trades platzieren zu können. Also, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Bis dann, tschüss. Ze calm das jetzt. Vielen Dank.